Ich war heute in einem Schloss, das wirklich jeder von euch schon mal in einem Film gesehen hat. Mal sehen, ob ihr es wiedererkennt. In Schwangau im Allgäu kommt man auf diesen Hügel mit der Kutsche oder in einer halben Stunde zu Fuß zum im 19. Jahrhundert erbauten Schloss Neuschwanstein. Durch diesen majestätischen Eingang kommt man in den Innenhof, der einem einfach nur den Atem raubt. Ich habe auch eine komplette Führung gebucht. Hier wurde mir leider gesagt, dass man keine Fotos oder Videos machen darf. Ich habe aber aus Versehen am Ende das Highlight, nämlich diesen unglaublichen Ballsaal, gefilmt. Nach dem kommt man zum Hauptbalkon. Seht euch mal diese unglaubliche Aussicht an. Man sieht sogar diese Brücke, die zurzeit leider gesperrt ist, denn von dort aus hat man diese Sicht auf das Schloss Neuschwanstein, das die Inspiration für das Disney-Schloss war, das wir alle kennen.